Lass es geschehen YouTube und herzlich willkommen zurück zu The Walking Death. Auch mal eine gute Nebensache neben DayZ, was ja gerade als Let's Play läuft und Spec Ops The Line. Spec Ops The Line wird aber bald fertig sein, aber darum geht es jetzt nicht. Wir gehen jetzt nämlich erstmal auf Play und dann werden wir mal die Episode 2 spielen, denn wir haben Episode 1 ja schon erfolgreich beendet und schauen uns jetzt mal Episode 2 an. Starved For Help. Und los geht's YouTube. Parts werden alle 15 Minuten lang sein. Nur nochmal so zur Info. Ich hab gerade so ein bisschen Mario im Kopf, keine Ahnung wieso. Ich hab bis eben auch noch DayZ gespielt, für euch. Bisschen was aufnehmen. Und jetzt halt The Walking Dead. Viel Spaß. Ich weiß, wer du bist. Ich habe noch eine gute Idee für dich. Du hast dich all bei dir selbst durch das? Ja, ich möchte meine Eltern jetzt nach Hause kommen. Und du? Du hast ein Blick auf die fronten Tür. Du bist unser Bezug. Es ist Doug. Du hast es. Und ich bin Carly. Okay Carly, du wirst mit Doug mit... Du hast es, Boss. Son of a bitch. One of them is bitten. Wir kick his ass. Das ist was ich denke. Das ist alles in der letzten Episode passiert. Und jetzt geht's natürlich weiter. Wir hoffen mal, dass wir hier gut durchkommen. Mit der kleinen natürlich wieder auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Das ist schon so lange wieder her, die Episode, die erste. Ich glaube, ich gucke mir meine eigene Episode mal komplett an nochmal. Das ist sowieso nur eine Stunde 40. Ah, okay. Und hier haben wir auch schon die erste Aktion. Zombie verprügeln. Okay. Okay, wir suchen nach Essen. Alle sind Hunger. Alle sind hungrig. Ich denke, wir finden noch was. Wir managen das mal, ne? Wir machen das mal. Wir machen das mal. Vielleicht. Du weißt, einige Leute sind nicht zufrieden mit der Art, die Lilly handelt die Ration. Lilly weiß, dass es wichtig ist, dass die Jugendliche funktionieren. Manchmal bedeutet das, dass jemand ein wenig zu verlieren muss. Du denkst, dass Kenny noch mehr Glück ist als wir hierher sind? Ich hoffe, dass das. Ja. Zwischen dem Lachen zu essen, und Kenny und Lilly kämpfst. Hmm. Ich habe keine Ahnung, würde ich mal eher sagen. Einmal draufschießen, dann ist er tot, egal ob er sowas ist. Dann mal weiter. Der Rabe wäre eigentlich ein gutes Essen, wenn wir ihn abschießen. Ist aber laut. Okay, ich habe ihn erstmal gefragt, ob er ihn treffen kann, weil es schon riskant zu schießen. Und der hat verkackt. Fuck. Okay, irgendwas ist da los. Wir spielen wieder mit dem Xbox-Joypad. Also, nicht wundern, wenn ihr manchmal ein paar Xbox-Einblendungen seht. Ich spiele sowas mit Joypad, nicht mit Tastatur und Maus. Okay, was ist denn jetzt passiert? Ach, für eine Sperrenfalle. Wir wollen jemanden töten. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, klar, weil das Special Forces ist. Okay, wir helfen. Ja, los, los, los. Fuck, da hinten ist schon... Oh, holy shit. Fuck. Fuck. Ja. Entweder... Oh, fuck, 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 was mache ich jetzt? Okay, jetzt... Okay. Ich versuche das mal so. Sonst haue ich dein Bein ab, Alter. Was anderes geht nicht, Bruder. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich versuche das mal wieder. Alles, bitte. Ab damit. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, fuck. Na, komm, noch einmal. Oh, Gottes Willen. Es ist doch ab. Oder? Boah, fuck. Oh, gut, er ist ohmächtig. Es ging nicht anders, Mann. Ja, los, nimm den. Mann, lass uns hier weg. Go, go, go. Go, go, go. What the fuck? Geh, Junge. Oh, nein. Fuck, der ist tot. Nooo. Shit, jetzt haben wir seinen Vater befreit, ein scheiß Bein an ihm geopfert und der Junge ist tot. Wie soll man ihm das beibringen, wenn er erstmal aufwacht? Shit. Der wird sich bestimmt wieder aufregen, der Bulldozer hier. Über den haben wir ja vorhin geredet. Ja, sieh wieder, sie ist so süß. Er ist auch ganz niedlich. Mal gucken, was uns alles in der Episode erwartet. Auf jeden Fall scheint es wieder spannend zu werden. Der Anfang war ja schon richtig crazy jetzt, wo wir dem Typen das Bein abgehauen haben. Oh oh. Da kommt irgendwas. Aber ich denke mal, das sind wir, weil wir wollten ja zurück zum Stützpunkt und wir sind ja gar nicht da. Boah, das Spiel nervt mit ihrem Ball. Sieht genau die Fresse wie ihr Vater. Oh, das regt die bestimmt schon wieder auf, dass wir welche dabei haben. Fuck, sein Ball. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn passiert? Lee, bist du okay? Geh ihn in den Truck. Ich werde sehen, was ich kann. Kat, kannst du ihn fixieren? Jesus, Ken! Ich weiß nicht. Lee! Was zur Hölle? Du kannst nicht nur neue Leute hier bringen. Was denkst du? Hey, willst du dich für einen Moment schlafen? Hey! Was ist deine Mose? Nein, ich nicht! Ich wollte wissen, warum du glaubst, mehr Mose zu füllen, war eine gute Idee. Ich dachte, wir könnten sein Leben schlafen. Ich bin derjenige, der seinen Legen nahe. Das macht mich zuständig. Ja, ja. Unsere Gruppe ist natürlich wichtig, aber trotzdem. Ja. 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 Ich bin ein Mann, ich bin der Wahre, der andere Menschen. Die Familie nicht ausgelistet. Hm. Kommt hier raus und sehen die ich gerade auf. Hey, was? Hm. Ich... Komm'in. Je geht's gut. Es ist ja nichts. Es ist ja nichts. Ein Mann. Ich bin der Lied. Was ist ja nichts. Tja. Es ist ja nichts. Alles ist ja nichts. Es gibt keine KI. Ah, da hat sie aber auch wieder recht. Ich gebe niemandem recht. Ja, wir stehen neutral, steht oben. Ist aber besser so, wenn wir uns nicht einmischen. Klar, sie hat mehr Eier, ist klar, als alle. Spinn doch, der Typ. Mach die Wand zu, du Pisser. Er hat uns sowieso gedroht in der letzten Episode, dass wenn wir... Niemand hasst dich, Mann. Jetzt soll ich das verteilen, oder was? Ist ja ganz toll. You only have the food in time. You hungry people for then hungry people. Okay. Ich habe bisher was zu essen, um hungry, um hungry Leuten das zu geben. Jetzt muss ich das halt überlegen, wem ich das gebe. Jetzt bleibt das alles wieder an mir hängen. Ist auch scheiße. Das ist doch scheiße. Die gehen erstmal zu ihm hier und fragen erstmal nach, was abgeht. Ist er okay? Ich weiß nicht. Kannst du mir eine Hand real quick? Ja. Sure. Was ich tun? Was ich tun? Just apply some pressure here, while I try to close this up. Okay. You know, I thought I was starting to get used to this. Sewing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing. But, Lee, this man has no leg. I did the right thing. I did the right thing. Yeah, I know you did. The right thing is just scary sometimes, I guess. Well, you've done all you can, Lee. Thanks for the help. Okay. Go ahead and check in on the others. I need a little space here anyway. Okay. Ja, sie brauchen ein bisschen Freiraum, sagt sie. Oh, was ist das? Sturdy. But a snack will hold up forever. Just like the rest of this place. Okay. Das Blöde ist natürlich, wir müssen überlegen, wem wir das Essen geben. Süß. How are you doing, Clementine? Okay. Where is your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Okay, so. Was will sie finden? Das Problem ist, wen gebe ich jetzt was zu essen? Das ist das riesige Problem. Ich rede erstmal hinten mit ihm. Gucken, was er zu sagen hat. Oh. Word's getting out, that you want to leave the motor here. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. Look. You've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters. And you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. You and Clem are welcome to come with us. Oh. The coast doesn't sound like a smart idea. Ich bleibe hier. We need you here. We have a better chance of surviving as a group. Our best chance of surviving is to...